Die ehemalige Ringer-Weltmeisterin und WM-Zweite von 2017 Aline Forkman hat ihre Teilnahme an der Europameisterschaft in der nächsten Woche abgesagt. Punkt, 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 Punkt. Die Krefeld-Erin muss wegen der Folgen einer bakteriellen Infektion im Kniegelenk passen, wie sie mitteilte. Punkt, 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 Wegen der Blässeuhr sei das Gelenk operativ gespült und der entzündete Schleimbeutel entfernt worden, berichtete sie. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt guter Form und Vorbereitung so kurz vor einem Event noch absagen zu müssen, ist schon groß, schrieb Focken. Punkt, 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 Punkt. Aber es bleibt nichts anderes als nach vorne zu schauen. Punkt. Mit ein bisschen Glück bin ich in ein paar Tagen wieder auf der Matte und die Vorbereitung für die WM in Budapest wird dann gestartet. Der Saisonhöhepunkt steigt Ende Oktober in Ungarn. Punkt, 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 Punkt.